Mein Name ist Frank Gödde, ich bin Geschäftsführer der 1978 gegründeten Schauerte GmbH mit Sitz in Winterberg. Diese habe ich nach 15-jähriger Tätigkeit im Unternehmen von Wilfried Schauerte übernommen, um sie in alter Tradition doch mit allen Vorzügen modernster Küchen- und Kältetechnik weiterzuführen. Wir bieten Ihnen das komplette Programm der Großküche, sowie Thekenanlagen und Ausgaben, wie hier in dieser Skihütte in Winterberg. Auf Kältetechnik und während Rückgewinnung legen wir besonderen Wert, um ihre laufenden Kosten in diesem Bereich möglichst niedrig zu halten. In unseren Räumen bieten wir Vorführungen für multifunktionale Geräte und Kaffeemaschinen zum Anfassen und Ausprobieren an. Durch unsere Verbundgruppen Mitgliedschaft bei der Großküchentechnik Einkaufsgesellschaft können wir auf ein bundesweites Servicenetz bestmöglichste Einkaufskonditionen, Regenwissenstransfer sowie Marketingunterstützung zurückgreifen. Dies kommt vor allem unseren Kunden zugute. Eine professionelle Küchenausstattung beginnt mit einer perfekten Planung. Auch während der Ausführung ist der G-Tech Großküchenfachhändler die entscheidende Person, die die Montageabläufe termingerecht koordiniert. Da ich ja bundesweit unterwegs bin, muss ich mich natürlich auf Professionalität verlassen können. Und da ist die G-Tech ein absolut guter Partner. Schnell, zuverlässig und professionell. Und das ganze flächendeckend in Deutschland. Was will man mehr? Mit modernsten Gerätetechniken von marktführenden Herstellern lassen sich die Energiekosten pro Essensteilnehmer auf ein Minimum reduzieren. Nach der Endabnahme weisen geschulte Köche das Personal des Kunden in die optimierten Betriebsabläufe der heutigen Küchentechnik ein. Am Ende steht beste Essensqualität bei optimierten Küchenabläufen und energieeffizienter Technik im Vordergrund. Wenn das gelungen ist, haben wir unser Ziel erreicht. Denn erst mit optimaler Qualität sind wir zufrieden. Mit unseren auf Ihre Räume abgestimmten Planungen können wir bereits im Vorfeld der Angebotserstellung genau auf Ihre Wünsche eingehen und richten Ihre Küche oder Thekenanlage, wie auch die Kühltechnik, perfekt nach den gewünschten Anforderungen ein. Vereinbaren Sie einen Termin. Ich freue mich auf Sie.